Hallo Leute, hier ist wieder euer Nitrox und willkommen zu einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Heute spielen wir Yu-Gi-Oh! Und natürlich nicht das normale, sondern ein Puzzle-Dingens. Ja, und ich weiß nicht was wir machen sollen, also aktiviere ich einfach irgendwas. Aha, ich kann das hier noch aktivieren. Und ich kann das hier noch aktivieren. Hm. Es gibt schon mal schon... Es bringt mir... ... eine Karte. Wenn wir uns zu sonne drehen... Es gibt mehr zu sehen, als mehr zu sein. Ich unternehme mal was dagegen. So viel mehr zu verstehen. Mach das. Das Leben hier ist ein Wunder. Alles neu. Alles endlos. Hm. Ich überlege grad strategisch. Hm. Groß und klein. In die Ewigkeit. Und im ewigen Kreis. Wreht sich unser Leben. Jo. Das scheint spannend für euch zu sein. Muss ich sagen. Ich bin der Meinung, das war die richtige Menschen. Ich weiß was wir machen. Sein 500. Beschwenden. Diese schöne Shitkröte. Und dann Kreaturentausch. Dann habe ich schon mal sein Bälse. Dann aktivier ich das. Dann hole ich den hier. Äh. Dann tue ich das hier. Dann tue ich die Karte. Und die Karte. Ja. Dann kann ich irgendwas aktivieren. Dann kann ich hier irgendwas machen. Dann kann ich hier irgendwas machen. Es wird spannend. Leute. Sagt's euch. Es wird spannend. für Aaaaaahón. Das funktioniert. Ich sag. Bo го in den footprintern. Sea revoke. Ich sag bo bo in den Putin. Zauber. Das ist nur nicht Böse. Tha sobre 00710560,ご lief aber. Du bist von hinten in den ton. In den ton. Ein richtig bösen Mantel. Soonsider die Harry Potter. Gibt es Streit? und ich 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 bin ich bin ich bin die Züge dann hol ich noch diesen Synchron das muss ja sein dann kann ich den Effekt aktivieren die Züge Ich bestimme jetzt das zu Licht und aktiviere das hier. 900, das sieht schadend aus. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist denn mit Kasten los? Ich muss ja sagen, dieses Yu-Gi-Oh-Duell wird richtig spannend, weil ich habe noch nie so lange kommentiert und ich bin auch gerade ein bisschen nervös. Muss ich schon sagen. Ich bin echt nervös gerade. Okay, wir haben verloren. Danke fürs Zusehen, abonnieren, favorisieren, liken, kommentieren, teilen auf Twitter und so. Und haut euch die Faust in die Fresse. Ja, das war es von mir. Zurück ins Studio. see you durch bis Vielen Dank.